Too many Obstbohnen! Guten Tag, Leute! Willkommen zurück zu Mario & Luigi's Superstars Saga. Im letzten Part haben wir ein paar der Obstbohnen geholt und jetzt holen wir noch mehr. Yo. Würde ich sagen. Und einen Moment mal, was geht hier ab? Ah, ja, 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 jetzt geht's wieder flüssiger. Wunderbar. Neue Wop. Schön. Schön. Die Wops, die sind immer nützlich. Ja. Okay, na dann schauen wir mal, wo könnten sich noch Obstbohnen... Ah, unter uns. Yo, dann. Okay, da schaut. Das ist zu offensichtlich, oder? Hä? Oh. Okay? What? Hm. Hm. Vielleicht woanders auch hier irgendwo. Vielleicht habe ich noch nicht richtig getroffen? Ah. So. Na dann schauen wir mal wieder auf die Karte und gehen nach links, nicht nach rechts. Gut. hallo bonia oder schloss bonia gehen wir mal in den laden und schauen ob wir noch neuer kleidung haben wir uns kaufen klammik leitung schwer anzuziehen aber luftdicht die straßen jeans geil die kauf ich mal für luigi für mario sind die protector hose etwas gutes ja kann ich noch verkaufen paar scheiß stück ein bisschen scheiße mal schauen piranha blues nicht doppelter schaden für stachel schule emblem hat den klatschen schule nicht wohl hose super gefilmt oder stachelkiller ich brauche ich nicht brauche ich nicht stachelkiller ich soll ich da zwei von halte ich mal bei mir ja na gut dann egal okay nur dann würde ich sagen gehen weiter auch gleich hier auf dieser map haben wir gleich mal was zum obstbohnen zum obstbohnen perfekt jetzt ist das schon wieder so ok das ist ein obstbohnen berlin heißt ok mal schauen wo könnte ich sicher noch so was verstecken darum dass das also zum glück sind die so offensichtlich versteckt das mag ich ich glaube eine noch und die ist ein space über dem letzten space oder keine ahnung ab hier werde ich dann halt rostig ernsthaft kommst du dir idioten gegner ok das ist zu offensichtlich gut ich glaube wir hätten alle schauen wir noch mal die karte um den letzten check zu haben aber warte da unten ist noch eine ich bin so dumm noch einmal nach rechts das ist doch okay wo 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 lechter nein da kann ich nicht hin aber das ist auch du wenn das hier versteckt na ich bin auf dem square wo das ist da unten komm yeah very nice schön na toll ok boom ok na dann würde ich sagen gehen wir zurück zum joshiteater und geben die obstbohnen ab für die neon neo eier neon eier neon eier keine die zerstörungen die nerven spring doch sterb dir oh nein ihr macht einen arschbombe diese nerven denn störungen ne ist so ein scheiß aber egal jetzt können wir die neon eier holen mal schauen ist draußen jemand der am verrecken ist nup na dann aber der schadler sunger ich habe hunger ich will obst hier hurra obst miam miam erst schmeckt es nach bohne dann kommt das obst aroma obstbohnen spitze hey das kannst du rück mitnehmen ein roter anion ja ist gut ich habe hunger ich will obst nom joshite boom ein orangenes neonei very nice hunger und obst hier viel spaß bäm violett der gibt mir ein blaues gib her blau ja mal schauen wo ist noch jemand von verreckt gar da komm hier nom joshite boom türkises ein türkisches neonei hier nochmal was für dich joshite boom grünes neonei da oben noch jemand ah da der gelbe viel spaß mal schauen noch irgendwo jemand nein dann gehen wir mal die neonei dem herren venividi glaube ich heißt er ja ihr habt es wirklich geschafft das sind tatsächlich neonei die kann man doch unser schild ja ha hurra geschafft ihr habt es geschafft schaut echt gut aus wir haben es geschafft es ist vollendet hurra dank euch ist mein theater jetzt fertig also wie versprochen bitteschön du erhältst ein sternbohrenfragment du brauchst noch ein fragment gut deutsch können und nun müssen wir langsam den veranstaltungsraum vorbereiten verzeiht die audienz ist bereit cool dann hätten wir nur noch eine sternbohne und die ist im wald na dann gehen wir gleich mal den weg vor zum wald obwohl eigentlich wieso ich geh jetzt in zum zur stadt und benutzt die warps in der stadt warte ich will okay what the fuck keine ahnung gut dann nehmen wir mal die worps und warpen uns in den wald dafür sind sie ja da dafür sind sie ja da okay wenn ich mich recht erinnere hatten wir doch noch diese eine stelle wo man noch nicht hinkommen weil man nicht den Cobra wegrammen konnten. Und da ist sie. Ich würde sagen, im nächsten Part rammen wir den Cobra weg. Cobra, 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 Fetty Boom Boom, weg. Und schauen, wo dieses Fragment bleibt. Bis dahin. Auf Wiedersehen.